Hi Leute, ich dachte ich mache heute mal ein etwas anderes Video und zwar wollte ich mir jetzt mal einen Adventskalender aussuchen und gehe dafür jetzt einfach mal ein bisschen bei Amazon stöbern und ich dachte ich nehme euch mit, vielleicht ist das ganz interessant zu gucken, was es denn da so alles gibt und dafür gebe ich jetzt auch direkt mal in die Suche Adventskalender... Klar, immer wenn ich mich beobachtet fühle, vertippe ich mich. Adventskalender. So, gut, suchen wir mal. Okay, das sieht aus wie so ein magischer Irgendwas-Koffer, aber sowas ist glaube ich eher nichts für mich. Ähm, die drei Fragezeichen Adventskalender. Seid ihr drei Fragezeichen-Fans? Ich glaube, ich habe davon noch nie irgendwie eine Geschichte gehört, um ehrlich zu sein. So als Hörbuch oder so oder gelesen oder überhaupt. Ähm, deswegen wäre das jetzt nichts für mich, aber ich kann es euch ja mal verlinken, falls ihr drei Fragezeichen-Fans seid. Das sind nur noch zwei Stück auf Lager. Oh je, hoffentlich gibt es das überhaupt noch, wenn das Video online kommt. Ähm, M&M's. Sind da nur M&M's drin, oder was? Ich gucke mal. Kann ich mir ja jetzt irgendwie nicht vorstellen. Ach nee, guck mal hier. Das ist mit Mars und Bounty und so ein Kram. Und M&M's natürlich. Ja gut, nee, aber das möchte ich glaube ich nicht. Hm, Haribo hat einen. Ja gut, da weiß man schon ungefähr, was drin ist. Wahrscheinlich diese Minis, die man auch in den großen Tüten kaufen kann. Oh, Lego Star Wars. Das wäre ja was für meinen Papa. Mal gucken, was da drin ist. Hm, okay, lauter Figuren. Das ist eigentlich ganz cool. Und noch eins auf Lager. Oh, ich bin echt spät dran, kann das sein? Ja, typische Schokoladen-Adventskalender. Beauty. Aber hier so ein Beauty-Adventskalender hatte ich ja glaube ich letztes oder vorletztes Jahr. Und da war ja nur Mist drin, ne? Also, ob ich mir das nochmal antun würde, ich weiß nicht. Vielleicht wenn es jetzt von Benefit wäre oder sowas, aber die sind ja dann auch mega teuer. Oder von, ähm, The Body Shop. Ähm, das hier ist ganz interessant. Weil, ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos öfters schaut, ähm, ich stehe ja eher auf so herzhafte Sachen und nicht so auf Schokolade und so. Ich meine, ich mag Schokolade, aber sowas hier, das ist ganz cool. Wobei ich sagen muss, ähm, den Herrn Schweinsteiger bräuchte ich da jetzt nicht unbedingt drauf. Das finde ich nicht so ganz weihnachtlich. Ähm, aber... Oh, hier kann man sehen, was drin ist. Ähm, ja, Chips frisch-ungarisch. Hm, ist eigentlich gar nicht verkehrt. Ich glaube, den behalte ich mir schon mal so im Tab und gucke mal weiter. Also, der ist schon mal in der engeren Auswahl. Ähm, obwohl der ziemlich teuer ist. Aber ich meine, gut, ist halt nur einmal Weihnachten, ne? Okay, hier kann man wahrscheinlich, ja genau, selber befüllen. Ich gucke mal, wie der aussieht. Och ja, eigentlich ganz süß. Aber ist dann sehr vollgehangen. Aber ist eigentlich ganz niedlich. Nur, ähm, also unterm Strich ist es, glaube ich, immer teurer, selbst einen zu basteln. Und, ähm, jetzt so kurz vor knapp ist das wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz, äh, gut zu machen. Aber ich verlinke euch den mal, falls ihr da noch Bock habt zu basteln. Ist das ja vielleicht ganz schön. Ich kann ja mal, äh, suchen nach weiteren. Ich glaube, so Adventskalender, so Schoko-mäßig, äh, habe ich ja schon genug gesehen. Ähm, Adventskalender basteln. Mal gucken, was wir da finden. Ähm, ja, sowas ist natürlich ganz schlicht. Dafür auch etwas günstiger. Da bekommt man so Tütchen und so Aufkleber und so diese kleinen Aufhängerchen, glaube ich, zusammen. Genau, 24 Tüten, Wäscheklammern und, äh, die Zahlen. Wobei, ähm, das hier, das kann man wahrscheinlich nur einmal verwenden, weil dann ist das schon so abgeranzt alles. Weil das ja aus Papier ist. Und dafür dann 13 Euro. Ich glaube, dann würde ich lieber was kaufen, was vielleicht dann ein bisschen teurer ist. Was ich aber jedes Jahr wieder verwenden kann. Mal gucken, ob ich sowas noch finde. Also, ich habe jetzt hier noch ganz süße Sachen gefunden. Und zwar einmal diese Herzen. Ähm, da kriegt man allerdings nur 6 Schachteln. Da müsstet ihr halt, ähm, die Anzahl hier, Menge 4, hochschrauben. Dann bekommt ihr ja die passende Anzahl für so einen Adventskalender. Und dann könnt ihr das dann noch so ein bisschen, ähm, aufhübschen. Vielleicht mit Geschenkpapier oder so. Und das dann bekleben, irgendwie sowas. Und die Zahlen draufschreiben oder so. Und dann, ähm, ist das ja eigentlich auch ein süßer Adventskalender. Also, finde ich. Zum Beispiel. Oder, was ich auch gefunden habe, ist das hier. Das sieht erstmal so ein bisschen trist aus. Aber da bekommt man auch irgendwie ganz viel Kram mit dabei. Und dann hat man diese Serviettentechnik. Und kann das eben so schön, äh, bekleben. Und, ähm, das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Nur mal so als Idee. Wie gesagt, ich habe dafür leider keine Zeit mehr. Ähm, aber vielleicht fürs nächste Jahr. Das ist eigentlich ganz süß. Das nimmt jetzt auch nicht so viel Platz weg. Das kann man gut auch, ähm, so mal lagern. Weil manchmal hat man ja so Riesenteile, die man gar nicht mehr unterkriegt. Dann habe ich noch das hier gefunden. Das ist ein, äh, Rentier. Und da hängen so kleine Säckchen dran, die man befüllen kann. Das ist natürlich dann sehr einfach. Da muss man nur noch den Inhalt, ähm, besorgen. Ähm, allerdings ist das dann auch direkt mal 40 Euro teuer. Ja, also 39 Euro. Ähm, aber ich würde mal behaupten, das hält dann auch ein paar Jahre. Also da hat man dann auch länger von. Was ich da noch gefunden habe, ist das hier. So eine schöne Girlande, sag ich mal, mit solchen kleinen Stiefelchen. Was ich auch echt süß finde. Da hatte ich auch schon mal überlegt, ob ich mir sowas kaufe. Aber ich habe einfach keinen, ähm, Ort, wo ich das hinhängen könnte. Also, ich habe ja bei mir im Zimmer nur so schräge Wände. Und da ist es immer so ein bisschen schwierig, sowas dran zu hängen. Und, ähm, ja. Aber guck mal, nur 10 Euro. Ist sogar runtergesetzt. Ganz cool. Ich suche jetzt nochmal nach Adventskalender für Erwachsene. Erwachsene Männer. Ne, das wollen wir nicht. Ähm, weil vielleicht ist da auch noch was Cooles dabei. Mal schauen. Jetzt habe ich noch einen Adventskalender gefunden mit 24 verschiedenen Teesorten. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Da kann man neue Sachen ausprobieren, die man vielleicht noch nicht kennt. Und wenn man Tee mag, ist das vielleicht was. Ich trinke relativ selten Tee. Deswegen wird sich das für mich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt lohnen. Aber ich weiß, dass ganz viele von euch auf Tee stehen. Also wäre das ja vielleicht was für euch. Ich wollte euch gerade eigentlich noch einen Yankee Candle Adventskalender zeigen. Allerdings, wie ihr seht, seht ihr nichts. Ähm, der ist wohl ausverkauft. Dabei gab es, glaube ich, sogar zwei Stück. Aber ich finde keinen mehr davon. Aber ich sehe hier gerade, es gibt diesen Kalender von CRT oder wie das ausgesprochen wird. Ähm, und da habt ihr lauter so, ähm, kleine Nagellackfläschchen. Ähm, was ja auch ganz süß ist. Den verlinke ich euch auch mal. Das ist eigentlich ganz niedlich. Da sind auch noch genug auf Lager. Gott sei Dank. Ähm, aber der ist auch wieder sehr teuer. Müsst ihr dann wissen, ob ihr das machen wollt. Aber ja, Yankee Candle. Vielleicht findet ihr den auch noch außerhalb von Amazon. Ähm, da gab es zwei verschiedene. Und, ähm, einen auch relativ teuer und der andere etwas günstiger. Mir hat sogar der günstigere besser gefallen. Vielleicht findet ihr den ja noch irgendwo in den tiefen, tiefen des Internets. Und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wonach ich noch suchen soll. Ähm, Beauty ist meistens nix. Weil da nur so komische Sachen dran sind, wie ich letztes Jahr oder wann das war, hatte. Deswegen, ich glaube, ähm, ich bestelle mir nächstes Jahr den hier zum Selbstbefüllen. Halt dann nicht für mich, aber für meinen Freund zum Beispiel. Und ich denke, dieses Jahr werde ich selbst mir, wo ist er denn? Da. Den hier. Gönnen. Weil, äh, ich auf sowas stehe. Auch wenn mir das Design nicht so gut gefällt mit ihm hier, aber ich kann es ja umdrehen. Ja, ich hoffe, das Stöbern hat euch ein bisschen gefallen. Wenn mein Adventskalender da ist, werde ich ihn auf jeden Fall im Hintergrund von meinem Video aufbauen. Und, ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß, äh, beim Shoppen. Vielleicht habt ihr ja schon einen Adventskalender. Und, äh, das Video hat euch vielleicht trotzdem gefallen. Dann, äh, wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik